so liebe leute herzlich willkommen zurück zu einem neuen part von minecraft ja im letzten teil was haben wir im letzten teil eigentlich so mal gemacht äh ja wir haben die pforte draußen die wunderschöne pforte gebaut wo ich dann mal kurz rausgehen kann so genau dieses schöne lagerhaus haben wir letztes mal gebaut und hä hä wie geht das denn okay merkwürdig merkwürdig also wie gesagt wir wollen ja unser lagerhaus ein bisschen wir wollen umziehen bzw ich will umziehen mit dem lagerhaus hier in das lagerhaus und hier na geh runter geh runter geh runter hallo geh runter geh hallo 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 ja jetzt und hier kommen auch noch mal ein paar kisten hin und hier unten muss ich den boden noch ausheben verdammt das fällt mir gerade so ein dass ich den boden aussehen muss habe ich jetzt kisten dabei moment ich gucke gerade mal nö natürlich nicht aber ich habe sand gut dann laufe ich auch noch mal ganz kurz zurück scheiße die musik die extern laufen habe ist gerade ein bisschen laut moment so dann gehe ich erstmal wieder zurück in mein häuschen und packe da so ein paar unnütze da ja raus und nütze sachen rein und dann müssen wir wir müssen auf ressourcensuche gehen es ist wirklich so es ist jetzt schon so dass ich recht wenig bis gar nichts mehr zu essen habe weswegen ich dann wahrscheinlich auch friedlich spiel muss damit ich einfach nicht verhungere da ist knochen wir können eigentlich auch noch knochen machen ich wollte nur noch ein paar knochen wollte ich aufheben und hunde zu tamen so das war jetzt gerade kein endermann ich da gehört habe ne das war das lag jetzt in der musik oder gott die endermann jetzt schon tagsüber kommen alter spiel gut was haben wir hier birkenlaub eichenlaub das kommt alles dahin feine habe ich die feine hier eingetan nein habe ich hier eigentlich überhaupt irgendwas aber ich habe sie sand damit kann ich dann gleich noch mal glas ausbauen so birkenlaub mal dahin eichenlaub geht es so was anderes gut fichten nadeln birkenlaub noch mal fichtennadeln ist da oben dann brauche ich die noch gerade mal so nebeneinander kürbis haben wir ja aus kürbis wollte ich ja noch eine laterne basteln weil ich gelesen habe moment was ich jetzt gerade mal ausprobieren wollte nein so richtig so kleinen augenblick mal also geht es natürlich nicht ist klar so geht es nicht die jetzt habe ich kürbis auf das ist nämlich gut für die endermänner der kürbis aber okay ich nehme mir jetzt erstmal wieder ab und setze mal den her ich habe meine rüstung ist sehr im arsch wie ich gerade sehe scheiße gut okay das bett wollte ich eigentlich drüben aufstellen wieso habe ich das jetzt nicht gemacht und hier raus wollte ich dann noch habe ich noch andere länder ich wollte jetzt birkenholz nicht unbedingt benutzen hier habe ich noch hier ist auch birkenholz äh hier fichtenholz butter wobei ach komm ich nehme nochmal beide mit dann lasse ich das eben nochmal hier erde hier haben wir noch fichtenholz hier ist noch fichtenholz und hier ist noch fichtenholz das nehme ich mit ich habe so viel erde ich brauche doch gar nicht so viel erde wofür ach man ey hier sind die pfeile dann bringe ich da auch nochmal die pfeile zurück pflasterstein ok dann mache ich nochmal eben schnell ein paar truhen und ich muss gleich schon wieder niesen es tut mir leid und ich bin schon wieder zu dämlich die truhen zu machen so ich habe mir jetzt bevor ich minecraft angefangen habe nochmal eine playlist zusammengelegt weil es dann doch ein bisschen besser ist weil es dann während des spiels nicht so langweilig ist und außerdem ist die Nachbearbeitung dann nicht so langweilig ich mache jetzt erst nochmal fünf Truhen das müsste an für sich eigentlich erstmal reichen dann mache ich gleich nochmal ein bisschen Holz damit ich drüben alles habe ja das dauert jetzt ein bisschen länger ich weiß ja 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 ihr wollt äh ne ihr wollt hier nicht und so ist klar aber trotzdem es bringt zwar jetzt nicht viel aber immerhin etwas nein das wollte ich nicht so 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 dann packe ich jetzt nochmal zurück und das packe ich erstmal hier wieder zurück Sand ja aus dem Sand werde ich eben noch einmal schnell Glasscheiben machen aus dem einfachen Grunde wir haben nämlich nicht mehr so viele und was ich unbedingt noch machen wollte ist ein Feuerzeug Crafting dazu brauche ich einmal einen Feuerstein und ich glaube ein Eisenbarren aber Moment und dann musst du nochmal gucken wie das angeordnet wurde wo geht es zu ich glaube Eisen hier und Feuerstein dort Feuerzeug ich werde es aber jetzt trotzdem äh erstmal noch nicht benutzen weil ich keine Lust habe mir alles abzufackeln um ehrlich zu sein habe ich noch zwei Eisenbarren ach ich wollte ja ach ich wollte noch noch Knochenmehl machen und ach man Schalen wollte ich mir auch noch machen das sind keine Schalen das sind auch keine Schalen das sind auch keine Schalen ich habe schon wieder vergessen wie die Schalen gehen Stufen sind aber auch nicht schlecht aber trotzdem Druckplatte kann ich glaube ich noch nicht verwenden wenn ich kein Dingsbums äh noch kein äh na ihr wisst schon habe Falltür ja die bräuchte ich auch nochmal ich glaube ich habe auch nochmal Falltür so habe ich zwei im Laukob jetzt keine Musik mehr und jetzt brauche ich irgendwie mh okay ich habe vergessen wie man warte Moment ich äh warte doch mal ich habe hier doch so schlaue kleine Zettelchen wo ich mir das alles aufgeschrieben habe bis ich das alles drauf habe aber ich glaube ausgerechnet das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben dann breche ich ins Essen ich breche ins Essen ausgerechnet das habe ich nicht aufgeschrieben das gibt es doch nicht ich bin ein voll kack Pfosten das bin ich wirklich wie kann man denn vergessen warte mal warte mal warte mal was kommt eigentlich dabei raus wenn ich äh das mache gar nichts okay dann ja komm dann ist jetzt los nein Holz bleib bei mir dann bringe ich das Birkenholz erstmal wieder zurück die Truhe bleibt bei mir die Falltür nehme ich mit die Fischenholzbrötter die brauche ich das Knochenmehl wo kommt das Knochenmehl nochmal rein hier kommt das Knochenmehl da rein so die Fackeln brauche ich die Kohle brauche ich nicht die lege ich nochmal kurz zurück dann nehme ich auch gleich nochmal das bisschen Glas mit was wir hier haben und ne die kann eigentlich dran bleiben und äh ja keine Ahnung Tür wird natürlich so wie ich es zugemacht alles soweit ruhig alles soweit ruhig alles soweit in Ordnung gut ruhig so dann bitte einmal die Falltür na 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 so hallo wieso kann ich jetzt keine Falltür da anbringen bin ich doof nein ich habe schon so lange kein Minecraft gespielt ich nehme immer so Sessions auf wisst ihr ja und deswegen habe ich jetzt längere Zeit kein Minecraft mehr gespielt deswegen frage ich mich jetzt gerade warum ich hier keine Falltür drin kriege drin kriege ok ok gut dann weiß ich jetzt wenigstens woran es liegt und ich komme jetzt nicht runter weil die Falltür an der falschen Seite positioniert ist herrlich es ist ja ehrlich so und runter klappt doch Mensch jetzt komme ich nicht höher sondern müsste eben springen nö es geht nicht es geht einfach nicht ich kann hier bei einer Fallschule kann ich dann anscheinend keine Treppe dann mehr hin tun ok ist jetzt nicht so tragisch ist ok aber ich kann diese Dinger immer hier mal abholzen und verdünftige Stufen machen ich weiß auch nicht was ich mir dabei gedacht habe ohne Witz ey das Vorzeugpack war schön ganz weit weg na Treppe 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 jawohl ja sehr schön und dann kann ich auch die letzten Glasscheiben dafür nehmen um hier gleich runterzufallen ich will ja nicht runterfallen deswegen äh wieso geht das denn hier jetzt nicht hallo ach so ach Gott ich bin so am besten am besten soll ich mich aufhängen ohne Scheiß so wird dann auf jeden Fall der Durchgang bis dahinten und da wird dann ein anderes Gebäude gebaut wenn ich das so machen kann wie ich mir das alles vorstelle da sagt so es sind überhaupt keine Endermänner mehr aufgetaucht seitdem ich versucht habe die Mow Creatures Mod zu installieren die ich immer noch nicht zum Laufen bekommen habe ich habe keine Ahnung aber wie ich es ins Laufen bekommen soll aber nochmal einen ganz kleinen Augenblick ich muss gerade nochmal was gucken ganz kurz das ist 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 das ist